Einen wundervollen guten Tag ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Python heute mit PDF-Dateien. Ich habe natürlich hier eine PDF genutzt aus dem Algorithmen-Kurs, es ging um Radix-LSD-Sort, aber das ist jetzt nicht wirklich so wichtig. Wir sehen allerdings, dass es relativ viele Bildchen sind und eigentlich wenig Text, aber das macht rein gar nichts an. Und ich habe natürlich schon mal alles vorbereitet, ich habe mit dem Pfad hier kopiert. Und ja, wir wollen heute mit dieser PDF ein wenig arbeiten. Dazu benötigen wir ein neues Python-Modul, eine Python-Library namens pypdf2. Ihr könnt die mit pip installieren, ihr müsst nicht pip 3.8 schreiben, es reicht pip install pypdf. Achtung, nicht pypdf, sondern pypdf2 benutzen. Pypdf2 ist der Nachfolger von pypdf und ja, den kann man am aktuellen Zeitpunkt, kann man den deutlich besser verwenden. So, was wir jetzt hier nehmen wollen, ist erstmal from pypdf2, wollen wir importieren, den PDF-File-Reader. Der liest nämlich Dateien für uns und mit dem können wir jetzt gut arbeiten. Und wir sagen jetzt hier mal, wir wollen nur einen gewissen Teil hier machen und zwar, wenn wir in der Main drin sind, dann wollen wir zunächst einmal unseren Pfad auslesen aus, ach halt, stopp, das habe ich hier reinkopiert, aus dem hier und das ist ein Raw Path. Und anschließend möchte ich jetzt hier eine Funktion aufrufen und zwar zunächst einmal, lasst uns doch mal auslesen, was wir alles über diese PDF wissen. Ja, das machen wir mit get meta oder get meta information, nennt sie wie ihr wollt und wir sagen hier jetzt einfach mal, wir wollen den Path dazu haben. Und was wir machen ist, wir öffnen diese Datei ganz normal als binäre Datei, ja, das heißt, wir können hier einfach sagen, with open den Path und zwar als Read Binary. Wir müssen das Ganze wirklich binär lesen, weil PDF basiert auf binärem Filesystem oder binärem Dateiformat oder ist ein binäres Dateiformat, um genau zu sein. Und jetzt können wir die PDF öffnen, indem wir hier einfach tatsächlich hergehen und den PDF File Reader aufmachen mit F. Und tatsächlich hat mich jemand auf die Idee gebracht, hier dieses Video zu machen, weil er die Dateien merchen wollte, das braucht man fürs Studium häufiger als man denkt und eventuell auch splitten. Und ja, das werde ich euch natürlich auch noch zeigen. Okay, wir bekommen die Infos über PDF.getDocumentInfo und sowas auch wie zum Beispiel die Anzahl an Seiten oder sowas, also Number of Pages, Nop, hat nichts mit der No Operation zu tun, Number of Pages, PDF.getNumPages. So, also diese Informationen kann ich hier einfach auslesen und ja, wir schauen uns jetzt mal ganz kurz an, was da eigentlich drin steht. Und zwar sehen wir hier einmal, wenn wir Print Info machen und Print Nob, dann bekommen wir Informationen. Wir machen uns einfach mal hier Get Meta über den Path. So, und das starten wir jetzt einfach mal. Und wir sehen hier, wir können den Autor auslesen. Übrigens, das Ganze ist natürlich als Dictionary gemacht, das heißt, ihr könnt das hier natürlich auch noch auslesen über zum Beispiel Info.autor oder sowas. Also das geht ohne Probleme, ihr könnt aber auch anders drauf zugreifen. In dem Fall würde ich euch Info.autor, Info.contentType etc. empfehlen, aber Info reicht ja auch völlig aus. Wir sehen, das Ding hat acht Seiten, das war auch tatsächlich nur eine Lektion. Also es ging wirklich nur um den Redix LSD-Sorten, der hat tatsächlich in Anführungsstrichen nur acht Seiten. Autor bin ich offensichtlich, Content-Type-ID ist ein bisschen länglicher. Dann haben wir hier Creation-Date, wann das Ding erstellt wurde. Wir haben den Creator, der Acrobat PDF-Maker 20 für PowerPoint, weil es ursprünglich eine PowerPoint war. Wir haben das Modifikationsdatum, den Producer und den Titel. Und das ist schon ziemlich coole Information, aber ist natürlich nicht das, weswegen ihr hier seid. Wir wollen herausfinden, wie man zum Beispiel Text extrahieren kann, wie man PDFs aufsplitten kann und wie man PDFs wieder zusammenfügen kann. Das alles wollen wir noch machen. Das heißt, die Get-Meter, schön und gut, aber das brauchen wir natürlich nicht ausschließlich. So, das heißt, wir sagen hier jetzt Extract Text, falls ihr den Text auslesen wollt. Und wir nehmen natürlich hier wieder den Path. Und wir brauchen wieder nur den PDF-File-Reader und machen im Endeffekt erstmal genau dasselbe hier. Wir öffnen die Datei als PDF. Anschließend sagen wir jetzt hier, wir wollen zum Beispiel die erste Seite uns auslesen. Das heißt, wir sagen hier Page 1 ist gleich PDF.getPage. Damit könnt ihr euch eine Seite auslesen. Und ja, wir können die tatsächlich hier einfach mal printen. Also Print Page. Und wir können hier auch tatsächlich, ja natürlich meine ich Page 1 hierbei. Und wir können uns hier tatsächlich auch mal anzeigen lassen, was für ein Type dieses Page 1 eigentlich hat. Damit ihr mich ja auch tatsächlich glaubt. Was wir hier gerade an Magie eigentlich machen. So, wir lassen das laufen und wir sehen, dass wir nichts sehen, weil ich das hier unten nicht geändert habe. Extract Text. Wir sind noch nicht so weit, keine Sorge. Das wird noch nicht ganz fertig sein. So, wir sehen hier, das Ganze ist ein Page-Object. Und wir bekommen hier zusätzliche Informationen. Also sowas wie eben das Indirect Object, die Crop Box, ja. Die euch quasi angibt, wo was ist. Das sind alles super wichtige Informationen. Das sind halt alles die Informationen, die PDF für euch speichert. PDF ist ein komisches Format. Und sagen wir es so, falls ihr mal den Standard von PDF durchgelesen habt. Also quasi da, wo definiert ist, wie das Dateisystem aussieht, ja. Es ist ein gigantischer Standard, okay. Es ist ein wirklich riesiger Standard. Und deswegen sind diese ganzen komischen Boxen dabei. Und diese ganzen zusätzlichen Informationen, die wir hier eigentlich nicht wollen. Wir wollen ja bloß den Text haben. Und das machen wir jetzt mal mit Print. Beziehungsweise wir machen das hier als Text, direkt als Variable. Page1.extract-text. Und wir printen mal den Text. So, und das wird jetzt deutlich besser. Denn jetzt sehen wir hier, ja, das haben sie mal wieder ganz toll gemacht. Normalerweise in Python würde man Bodenstrich und dann das machen. So ist es in meinem Kopf drin. Manchmal funktioniert es leider nicht. Denn, ja, das ist im Endeffekt der richtige Text. So, wir sehen hier Radix, LSD und Sort. Und dann eine sehr komische Zahl. Und da wir hier die Seite 1 genommen haben, haben wir nicht die Titelseite genommen. Also, wir können auch die Titelseite nehmen, wenn ihr das wollt. Das geht natürlich auch. Da sieht man das dann natürlich ein bisschen einfacher. Algorithmen und Datenstrukturen einfach verstehen und nutzen. Und ja, das ist nicht so schwer. Das Problem ist jetzt hier eher die Zahlen natürlich. Hier haben wir sehr, sehr viele komische Zahlen. Warum haben wir hier so viele komische Zahlen? Na ja, ganz einfach, weil die tatsächlich auf der PDF drauf sind. Also 796, 504 und so weiter und so fort. Und es hört auf mit 174. Und das ist tatsächlich der Text, der hier auf der Seite draufsteht. Das heißt, das Extrahieren von Text ist gar nicht so ein großes Problem, wenn man so eine Library hat. Wie gesagt, die Seite an sich, die möchte man lieber nicht in die Hand nehmen. So, next up ist natürlich das Splitten von PDFs. Dass ich mir quasi einzelne Seiten extrahieren kann. Was ich natürlich eher häufiger brauche, als den einzelnen Text zu extrahieren. Weil die Formatierung geht natürlich komplett verloren, wenn ich mir jetzt hier den Text ausgeben lasse. Und deswegen machen wir jetzt hier mal einfach ein Split PDF. Und da machen wir natürlich auch wieder den Path. Und was wir jetzt brauchen, ist nicht nur den PDF File Reader. Sondern wenn wir es splitten, brauchen wir natürlich auch noch den PDF File Writer. Und da wir später auch noch mit dem PDF File Merger arbeiten werden, nutzen wir den oder importieren wir den auch gleich mit. So, Split PDF über Path und ja, jetzt machen wir folgendes. Wir kopieren uns als allererstes natürlich wieder das Lesen hier. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Und jetzt haben wir die PDF wieder. So, und jetzt sagen wir hier Form, für jede einzelne Seite in der Range von allen Seiten, also PDF.getNomePages, das kennen wir schon, wollen wir etwas tun. Und was wollen wir denn eigentlich tun? Wir brauchen einen neuen Writer und zwar über PDF File Writer. So, damit wir quasi das Ganze schreiben können. Okay, also ihr müsst natürlich hier nicht nur eine Seite machen, ihr könnt so viele Seiten reinmachen, wie ihr wollt. Aber wir machen jetzt hier tatsächlich einen Writer.AddPage. Übrigens, ihr könnt hier natürlich auch mit Bookmarks etc. arbeiten. Also ihr könnt euch aussuchen, was genau ihr einpacken wollt. Aber wir wollen jetzt ganze Seiten hier hinzufügen, weil wir es ja aufsplitten wollen. Also AddPage und naja, was sagen wir hier? Wir sagen PDF.getPage. Welche Page wollen wir haben? Naja, wir wollen Page haben. Also das würde uns quasi jede Seite separat exportieren. Wenn ihr nur einzelne Seiten haben wollt, dann könnt ihr hier natürlich AddPage mehrfach mit den Seitenzahlen aufrufen. Das ist dann natürlich euch überlassen. Das könnt ihr auch in der Command Line dann steuern oder vielleicht macht ihr euch sogar eine Desktop-Anwendung oder whatever. Seid da ein bisschen kreativ. Und was wir jetzt hier machen, ist WithOpen und es ist tatsächlich so einfach eigentlich. Mach das weg. WithOpenPage, beziehungsweise ich will eigentlich ein Format-String hier raus machen. Wir packen hier die Page rein. .pdf, das ist im Endeffekt, also wir bekommen dann quasi eine 1.pdf, 2.pdf und so weiter und so fort. Und wir müssen hier natürlich auch wieder binär schreiben als fout. Und wollen wir das Ganze schreiben über den Writer.Write. Naja, was wollen wir denn genau schreiben? Oder besser gesagt, wo wollen wir hinschreiben? Wir wollen in fout reinschreiben. Das heißt, ihr baut euch quasi eure Seite zusammen aus all dem, was ihr hier habt. Also aus all den Seiten, die ihr da einfügen wollt. Und dann schreibt ihr alles gebündelt in die Output-Datei rein. Und wenn wir das jetzt laufen lassen mit Split-PDF über den Path, dann sehen wir hier, dann sehen wir, dass ich das natürlich einrücken muss hier, damit die Datei hier nicht geschlossen wird automatisch. Das wäre natürlich doof. Und jetzt sehen wir hier die 0.pdf, die 1 und so weiter und so fort. Ich mache die jetzt mal ganz kurz auf. So, und wir sehen, wir haben hier tatsächlich in Algorithmen und Datenstrukturen wirklich nur eine Seite drin, mehr nicht. Und das nächste ist, auch die 1 enthält wirklich nur eine Seite. Also ich kann hier nicht scrollen. Ihr seht eine von einer Seite. Und ja, das ist eigentlich schon ganz cool, denn so haben wir jetzt quasi die einzelnen Seiten hier reingeschrieben, so wie wir das eben brauchen. Ihr könnt das, wie gesagt, natürlich gerne so machen, dass ihr hier mehrere Seiten zufügt. Also dass ihr einfach sagt, hey, ich hätte gerne Seite 0 bis Seite 3 und dann hätte ich gerne Seite 4 bis Ende oder sowas. Also da seid ihr natürlich komplett frei. Ich lösche die hier wieder, damit ich das nachher auch pushen kann. Okay. So, und das letzte ist natürlich das, was ich euch auch schon versprochen habe, und zwar wir merchen PDFs zusammen. Man kennt es, der Professor hat mal wieder Bock, verschiedenste, ach so, dann sollte ich vielleicht hier meine Teil-PDFs doch noch behalten. Der Professor hat Bock, mal wieder 180 verschiedene Slides hochgeladen und ja, dann hat man einfach überhaupt keinen Bock da drauf. die alle separat zu behandeln, sondern man hätte gerne eine Datei, die, naja, eben alles enthält. Und deswegen sagen wir hier Merge PDF und zwar auch über einen Path beziehungsweise über Paths, ja, das ist quasi Input, Input Paths und Output Paths. So, und Input Paths ist jetzt natürlich einfach eine, ja, eine Liste an PDFs, die wir, oder an Strings, die wir gerne da reinpacken würden. Das heißt, was wir hier machen ist, wir sagen hier, wir wollen einen, wir wollen erstmal den Writer wieder bauen, und zwar einen PDF-File Writer, dürfte klar sein, weil wir natürlich irgendwo reinschreiben müssen. So, was wir jetzt machen ist, wir sagen ganz einfach, ey, wir wollen einfach hier mal alle uns nehmen. Und das heißt, für jede einzelne I in unseren Input Paths machen wir was? Naja, wir bauen uns einen PDF-Reader. Ups, warum wurde das nicht eingeladen? Ein PDF-Reader ist gleich der PDF-File Reader, und zwar basierend auf natürlich unserem I, also unserem aktuellen Pfad gerade. Anschließend gehen wir durch alle Seiten durch, das heißt, für jede Seite for Page in der Range von allen Seiten, das haben wir ja gerade eben schon gemacht, deswegen habe ich das Video auch übrigens so aufgebaut, weil wir dann quasi von oben nach unten durchgehen, und zwar PDF-Reader.getNumPages. So, und jetzt machen wir einfach in den Writer, schreiben wir eine neue Seite rein, und zwar die Page. Und das machen wir für alle Input-Dateien, da kommt es natürlich auf die Reihenfolge natürlich auch drauf an, und hier rein schreiben wir einfach die Pages. So, und anschließend gehen wir hierher und sagen, with open, ach halt, wir haben den Output-Path hier schon bekommen, Output-Path als binäre Datei geschrieben, sf-out, wollen wir PDF, äh Quatsch, nein, wir haben ihn Writer genannt, .write, f-out. So, das Ganze geht natürlich noch ein kleines bisschen einfacher, ich werde euch jetzt mal ganz kurz hier die Merge-PDF zeigen, indem ich hier den Path, Path ist, nein, Path ist nicht der Output-Path, ähm, Eingabe, oder, ja, was wir haben wollen, ist im Endeffekt eine Liste, und zwar sagen wir einmal 0.pdf, und einmal hätten wir gerne 1.pdf, und wir brauchen als Output, Out.pdf zum Beispiel. Also, das ist jetzt nur ein Beispiel, ihr könnt die natürlich nennen, wie ihr wollt. So, und wenn wir das jetzt starten, dann sehen wir, dass wir nichts haben, weil ich natürlich hier nicht die Page, also die, die, äh, Seitenzahl einfügen darf, sondern ich muss natürlich hier PDF-Reader.getPage von Page aufrufen, das dürfte klar sein, da habe ich ein Mist gebaut. So, und jetzt sehen wir hier, wir bekommen eine Output-PDF, diese Output-PDF enthält 2 Seiten, nämlich einmal die Startseite, oder halt die 1.seite, und einmal die 2.seite, damit haben wir erfolgreich diese 2.seiten hier gemerged. Es gibt allerdings noch eine zweite Variante, die sogar noch ein bisschen bequemer ist, und zwar, ähm, der Lazy Merge, nenne ich sie jetzt einfach mal, ja, dass man quasi hier eigentlich genau dieselbe Funktion hat, denn, ja, wir müssen eigentlich nichts anders machen, und was wir machen wollen, ist, wir wollen den PDF-File Merger benutzen, und das heißt, wir sagen hier PDF-Merger ist gleich PDF-File-Merger, ja, der kann sowas für euch schon quasi von, von Null auf, und ja, weil die Leute natürlich genau wissen, dass arme Studenten mit sowas sehr stark zu kämpfen haben, und jetzt sagen wir hier einfach, withOpenOutputPath als WriteBinary, und, ähm, F-Loud, genau, F-Out natürlich, ähm, und wir wollen hier mit dem PDF-Merger quasi einfach sagen, hey, schreib mal bitte, und zwar, in unseren, äh, Output-Part, äh, unsere Output-Datei. So, jetzt, wie kriegen wir die ganzen Dateien hier in unseren PDF-File-Merger rein? Naja, ganz einfach, wir sagen hier, for i in Input-Paths, also für jede einzelne angegebene Pfad-Datei, gehen wir her und sagen, for Path, äh, Quatsch, for Path habe ich doch recht gemacht, for, ähm, für jede einzelne Input-Datei, für jeden einzelnen Input-Path, also quasi das, was wir hier unten eingegeben haben, fügen wir die in den PDF-Merger ein. Das heißt, Punkt Append, das ist wie eine Liste im Endeffekt, ist das, ähm, also dieser PDF-Merger, und zwar, i, einfach alle einfügen, und dann schreiben, eben, und das ist es auch schon tatsächlich, das heißt, wir können hier jetzt den Lazy-Merge angeben, und wir mergen jetzt mal verschiedene Dateien, also zwei und dann eins, damit wir hier auch einen Unterschied erkennen. So, äh, ja, ich sollte vielleicht die Datei zumachen vorher, sonst darf ich nicht schreiben. Sollte klar sein, also wenn ihr, wenn ihr Datei offen habt, dann dürft ihr da nicht reinschreiben, und ja, jetzt haben wir die Datei fertig, und wenn wir sie uns angucken, sehen wir auf Seite 1 das hier, und auf Seite 2 das hier, also das ist die Seite, die quasi, ähm, zuvor kommt. Genau, und das ist eigentlich auch schon alles, also jetzt habt ihr quasi mehrere Möglichkeiten, jetzt wisst ihr, wie ihr Dateien merchen könnt, äh, ihr wisst, wie ihr sie zusammenfügen könnt, und so weiter, und so fort, all das habt ihr hiermit gemacht. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Wenn ihr Vorschläge oder Wünsche oder sowas habt, dann schreibt mir die natürlich immer, wie immer, bis dann, ciao. Outro Outro Outro